Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter mit Donkey Kong Adventure. Hier lernt man sich nie unter ein riesiges Vergrößerungsglas zu legen. Es sei denn, man ist schon gut vorgebräunt. Das tut ja schon beim Hinsehen weh, Alter. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen als jemand, der leider so gut wie immer an einem Sonnenbrand erleidet. Oh, ist das schön. Die Möwen singen die Donkey Kong 64 Mucke. Der Part ist keine 30 Sekunden alt und ich habe jetzt schon Gänsehaut wieder mal. Oh Gott, ich weine gleich. Genauso wie der Vizigliani, der Hauptentwickler des Games, der ja bei der Enthüllung auf der E3 2017 geweint hat, weil Miyamoto sein Projekt so appreciated hat. Ging ja um die Welt. Ich denke, ihr wisst alles davon und habt das auch selbst gesehen. Böse Bananen. Klingt nach einer Indie-Band, aber eigentlich ist das die Quelle von Rabbit Kongs neuerlangten Kräften. Radioaktive Bananen, also. Rabbit Kong hat Schergen, die sie überall für ihn lagern. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die bösen Bananen zerstören. Das tut Dong Kong besonders weh. Bananen zerstören. Au. Aber dann müssen wir durch. Und ich bin noch überlegen, ob ich nicht jetzt langsam mal in bessere Waffen investieren soll. Lohnt sich das wirklich schon so krass? Steht da schon, wenn man den Rest freischaltet? Das Rabbit Peach, der Hammer ist, wussten wir ja. Aber jetzt übertreibt sie eindeutig. Okay, also irgendwie schaltet man durch Rabbit Peach diese Waffe frei. Lese ich da raus. Ich lasse es tatsächlich noch für diese Runde und schaue stattdessen, was wir so beim Skilltree verbessern können. Also da haben wir beispielsweise die Möglichkeit, den Schaden den Gegner erleiden, wenn sie geworfen werden, zu erhöhen. Finde ich gut. Mach mal. Ach, kostet zwei Punkte? Ja, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ist trotzdem okay. Dann verbessert die Fähigkeit des Schildes Schaden abzuwehren. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Bei Rabbit Peach. Machen wir auch. Und... Reichweite des Teamsprungs erhöhen. Ich springe ja sehr gerne durch die Gegend. Das lohnt sich auch bei Cranky, würde ich sagen. Bei dem erst recht. Und das ebenfalls. Weil ich nutze diese Attacke so super gerne. Dann sollten wir sie auch buffen. Okay. I'm ready. Auch wenn wir in diesem Kampf natürlich den Fokus auf die radioaktiven Bananen legen sollten. Und eher weniger auf die Gegner. Allerdings werden diese versuchen, uns so gut es geht aufzuhalten. Kann man sicher denken. Alles klar. Wie weit kannst du laufen, Rabbit Cranky? Okay, du kommst auf jeden Fall da hoch. Und bis hier hin. Das ist gut. Das ist gut. Dann werde ich mit Donkey Kong das Feuerfass nehmen. Hoch gehen. Mich da hinstellen. Und das Feuerfass schon mal auf diesen Idioten da schmeißen. Jetzt brauche ich halt nur Glück, dass er nicht in mich rein rennt und mich ebenfalls anzündet. Aber das wäre schon arg lächerlich. Ja. Alles gut. Ist sogar in unmittelbarer Nähe. Ich könnte ihn fertig machen, aber ich glaube ich warte noch. Weil ich bin da ja nur hingegangen, damit ich letztlich dann mit Cranky jumpen kann. So, wir machen das jetzt so, dass entweder die beiden hier getroffen werden. Nee, geht nicht. Okay, dann machen wir es so, dass Rabbit Cranky relativ weit nach vorne kommt. Ja, am besten hierhin so. Genau. Ähm. Beut, das passt da auch. Geht nicht? Ah, dann trifft er den Gegner nicht mehr. Ah, will ich hier stehen bleiben? Ja, doch. Ich kann auch da stehen bleiben. Ist jetzt nicht so tragisch. Wie weiter wir nach vorne kommen, desto besser. Es wird hier sowieso jetzt alles durch Rabbit Cranky gerade zerstört. Okay. Decay. Was kann man denn mit dir machen? Können wir überhaupt noch was machen, weil der Boomerang alleine ist natürlich nicht so stark. Wir können nur einen Gegner anvisieren, sehe ich gerade. Ich muss den aber anders besiegen. Dann folgendes. Bombe losschicken. Und mit ihr hochrennen. Ach, sie kann ihn nicht daschen. Scheiße. Sie kann ihn nicht daschen. Das gefällt mir nicht. Dann springe ich halt auf die andere Seite. Hier so hin, damit ich geschützt bin vor diesem Gegner. Größtenteils geschützt. Ach, ich kann ja dann nicht mehr schießen, ne? Egal. Ich habe eine gute Position. Dann muss ich jetzt entweder doch mit Rabbit Cranky machen. Ah, ja. Mit dem Fass treffe ich den Donkey Kong nicht. Ja, dann ist alles gut, oder? Dann können wir das so machen, denke ich. Oder wir schießen runter? Nee. Wir machen es so. Es war sogar ein Crit. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Dann kann ich die Attacke von Donkey Kong jetzt noch auf den anderen Spaten da umlenken. Und falls der gedenkt zu flüchten, werde ich vorsorgen. Mit meinem Affenblick. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Attacke so heißt, aber ich nenne sie einfach mal so. Ähm, und mehr ist eigentlich nicht von Nöten. Also wir brauchen kein Schutzstil, wir brauchen auch kein Heal. Das brauchen wir nicht. Unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Dauert drei Runden zum Aufladen. Ich sollte das nicht verschwenden. Nee, wir geben den Zug ab. Und guck mal, was der Typ da macht. Oh, gar nicht so blöd. Er flüchtet vor der Bombe und wehrt meine Ulti ab. Cranky. Wurde ins Haus befördert. Das gibt natürlich unnötig viel Schaden. Aber die Bombe kriegt diesen Arsch doch noch. Macht halt nur wenig Damage leider. Aber besser als gar nichts. Äh, wir sollten den jetzt so schnell wie möglich loswerden. Nur wie machen wir das denn am besten? Cranky hat keinen Fernangriff mehr. Ich könnte es mit Donkey Kong machen. Ja, dann müsste ich zwar mit Donkey Kong abziehen. Oder wir werfen den Cranky runter. Auch das geht. Dann könnte ich eventuell die beiden direkt mal vereisen. Und das ist ja auch nicht so doof. Ich muss mich dann aber wieder öffentlich hinstellen. Ich glaube aber es gibt ansonsten keine Gegner hier. Dann kann ich das ja machen. Jo. Werde ich auch tun. Also beide einfrieren und den einen sogar nebenbei noch töten. Dann ist doch alles gut. Dann können wir in aller Ruhe die radioaktiven Bananen attackieren. Gut, auch wenn Donkey Kong von hier aus jetzt nicht mehr viel machen kann. Weder was Gegner angeht, noch in Sachen radioaktiver Bananen. Aber Cranky kann sich zumindest hier nochmal fortbewegen. Den Boy daschen. Und dank Donkey Kong wieder nach oben springen. Ja, super. Das ist doch geil. Dann können wir mit Cranky nämlich doch noch die Bananen attackieren. Das ist doch schön. Nicht wahr? Wie er den mit dem Probe Stick dashed. Oh nein. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe aus Versehen Rabbit Peach getroffen. Aber okay. Man muss auch Opfer bringen. Jetzt nochmal volle Pulle drauf. Boahm. Rein in die Schoße. So muss das sein, Alter. Und Rabbit Peach. Ballert auch noch drauf. Aber mit ihr können wir eigentlich noch stehen bleiben. Macht keinen Unterschied, ob wir jetzt näher rangehen oder nicht. Oh, sehr gut. Ein Critical Hit. Damit hat das Teil nur noch 27 Leben und wir könnten es in der nächsten Runde schaffen. Ich könnte es sogar so machen, dass ich mit Rabbit Peach schon mal loslaufe. Um eine bessere Position für später zu erreichen. Warte mal, wie weit komme ich denn, wenn ich da jetzt einfach runtergehe? Ja, dann passt das, wenn ich mich hierhin stelle eigentlich. Rabbit Cranky kann dann in der nächsten Runde alleine die radioaktiven Bananen zerstören. So, und was macht der Gegner? Der wird schießen einfach. Er wird sich nicht bewegen. Er wird vermutlich auf Donkey Kong schießen. Ja, so ist es auch. Oh, der Crit. Da haben wir leider Pech gehabt. Aber all zu viel mehr geschieht nicht. So, jetzt wie angekündigt. Wobei, warte mal. Ja doch, wir machen es mit Cranky. Wir finishen dieses Feld mit Cranky. Dann haben wir eins von drei bereits zerstört. Sag mal, wo sind denn die anderen zwei? Ist hier noch in der Mitte eins? Nein. Aber da drüben. Und hier. Okay. Dann verlagern wir unsere Kämpfer erstmal auf das hier links. Und springen mit Cranky bereits nach oben. Ja. Das fände ich sehr sinnvoll. Und Donkey Kong kann ja den oberen Weg nehmen. Über die Sprungbretter. Ich meine, warum nicht? Aber Royal Peach kann ich halt jetzt nicht mitnehmen. Die muss dann in der nächsten Runde die Röhren nehmen. Und weil es mir gerade in den Kram passt, kann ich von hier oben direkt den Dödel da unten, ja, von hier aus mit der Kiste abwerfen. Dann kann er sich schon mal nicht von dem Ort weg bewegen. Und das ist sehr gut für mich. Ich kann ihn sogar direkt rausnehmen. Oder soll ich das mit Rapid Peach machen, sag mal? Ja. Wenn sie ihn 100% trifft, tut sie ja nicht. Aber mit der Bombe. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich mach's trotzdem. Weil dann kann ich nämlich in der Runde jetzt schon ein bisschen die radioaktiven Felder angreifen. Je schneller wir mit dem Level fertig werden, desto besser natürlich auch die Bewertung. Ihr wisst Bescheid. Ist ja nicht unwichtig. So. Das passt eigentlich, wenn sie sich hierhin stellt. Das ist vollkommen in Ordnung. Bei der Mission finde ich es auch sehr klug, wenn man einfach mit allen drei Charakteren immer an Ort und Stelle agiert. Also man sollte sich hier nicht aufteilen, das ist eher dämlich. Wo sind denn die anderen Gegner eigentlich? Können die jetzt noch Ärger machen? Und wer kommt überhaupt? Oh! Grobiane. Teilweise. Also mitunter Grobiane. Ja, aber noch machen die keinen Ärger. Daher lassen wir das. Greifen wir mit Donkey Kong mit dem Boomerang an. Machen hier schon mal ein bisschen Damage. Und zwar nie, nicht die Welt, aber immerhin etwas. So und jetzt mal sehen, was ihr da fabriziert. Warten die, bis ich komme oder versuchen sie mich zu nerven? Sie versuchen mich zu nerven, ich verstehe. Aber das ist eigentlich recht glimpflich ausgegangen. Und weißt du was? Ich spiele jetzt einfach mit einer Heilung mit Rabbit Peach. Dann egalisiere ich sämtliche Hits, die wir bis jetzt getankt haben. Und ja, uns geht's gut. Uns geht's supidupi. Was könnte ich noch machen? Ja, wir hauen drauf, würde ich sagen. Wir hauen voll drauf. Ich greife nicht die Gegner an. Ich greife die Bananen an. Cranky ist natürlich effektiv, so nah wie möglich ranzugehen. Wobei, ne. Das Fass macht sogar noch mehr Schaden. Dann hau rein! Voll Karacho. So, mit Donkey Kong. Auch ein normaler Angriff, würde ich sagen. Finischen kann ich das Teil noch nicht. Ne. Ist das denn, ich springe vorher mit Cranky da rüber. Aber dann ist er wieder so offen. Also wenn, dann will ich ihn irgendwo haben, wo er safe ist. Ja, hier ungefähr. Da im Eck. Yeah. So, Friends. Finischen wir den Scheiß. Außer ich hab Ultrapech. Wir hätten ja theoretisch auch nur 20 Schaden machen können. Ist aber zum Glück nicht passiert. So, mit Donkey Kong können wir jetzt das Ganze noch ein bisschen aufmischen. Wir könnten nämlich den Honig nehmen und auf den Grubi anwerfen. Ähm. Ne, nicht von da drüben. Da sind Gegner. Ähm. Von hier aus. Ja. Von hier aus. Dann kann der sich nicht mehr weiter bewegen. Was bei Grubi an eine echt gute Sache ist. Ihr wisst das alle. Super starke Gegner. Das gefällt mir. So, und mit Rabbit Peach. Ja, die hätte ich eigentlich theoretisch mitnehmen können. Das war vielleicht ein Fehler. Ähm. Andererseits, wie gesagt, da hinten sind Gegner. Ja, der wird schon, der wird schon nicht so viel passieren. Ich stelle sie runter. Cranky kann nichts machen, daher. Abgeben den Zug. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Das letzte Bananenfeld muss noch schnell zerstört werden. Oh, was ein Scheiß-Crit. Als ob. Als ob ich sogar noch runtergefallen bin. Also, der Schuss hat sich für den Gegner ordentlich gelohnt. Das hat krass geballert. Ja, der pumpt sich zwar auf, aber das bringt ihm nicht viel. So, was machen wir denn jetzt? Kann ich zurückgehen und meine Friends holen? Nee. Aber ich kann was anderes machen. Ich kann den schrägen Blick. Aber wobei muss das sein? Müssen wir den Grubian bezwingen? Eigentlich müssen wir das nicht. Und den Gegner, den kann ich auch einfach runterschmeißen. Was ist das hier für eine Spinne? Kann ich noch nicht sehen. Normaler Ziggy. Ja. Dann werde ich mit Donkey Kong einfach schon mal anfangen. Das Feld zu attackieren. Und den Gegner schmeiße ich runter. Auf das Schutzschild von dem Spaten. Tschüssi. Guten Flug. Bist du unerwünscht? So, jetzt haben wir da drei von denen auf einem Haufen. Kann ich die nicht irgendwie rausnehmen? Die Bombe würde ballern. Ich bin noch nicht nah genug dran. Ich kann auf jeden Fall mal das Schutzschild mit Rebel Peach aktivieren. Das glaube ich ist nicht so doof. Ja, ich habe schon eine Idee. Das ist schon machbar. Oder nochmal kurz gucken, wie weit er hier gehen kann. Eben nicht bis zur Kiste. Aber es ist nicht weiter wild. Gut. Dann werden wir mit Rebel Peach jetzt uns hier hinstellen. Oh, warte. Ich muss aber beachten, dass der Grubian ja aktiviert wird. Wenn ich da jetzt in die Menge schieße oder die Bombe in die Menge bringe. Einschläfern hilft mir da auch nicht. Aber ich glaube bei Eis passiert noch nichts. Wir könnten ja auch volle Pulle auf den Grubian gehen und versuchen ihn rauszunehmen. Ist ja nicht unmöglich. Vorher noch schön hier den bösen Blick aktivieren. Mach ich schon ordentlich Schaden. Donkey Kong kann das ja auch noch aktivieren. Irgendjemanden wird es sowieso treffen. Von daher, wieso nicht. Und... Ich guck mal, was jetzt passiert. Sagen wir es mal so. Also ich schieße den Grubian ab. Oh, sehr gut. Der Kickling Crit. Dann kriegen wir ihn down. Dann kriegen wir ihn auf jeden Fall down. Donkey Kong setzt auch noch nach. Yeah. Trifft alle drei. Super. Grubian tot. Und die anderen Sparten werden jetzt noch anderweitig bearbeitet. Mit der Bombe. Okay. Ich kann aber nicht beide töten. Das ist ein bisschen traurig. Eigentlich ist die Bombe sogar eine super Verschwendung. Hehehe. Egal. Okay, yo. So, wir sind die meisten Gegner los. Jetzt können wir eigentlich ohne Probleme hier das Bananenfeld attackieren, so wie es sein muss. Donkey Kong fängt bereits an. Kriegt aber auch so gleich wieder einen neuen Besuch. Wurscht. Den schmeißen wir in der nächsten Runde runter. Boah, wieso kriegen die denn ständig diesen Bounce Crit, ey? Jetzt ist Rabbit Fish schon wieder ultra weit weg. Sag mal, haben die, haben die Crit-Garantie oder was ist da los? Weil es ist schon ein bisschen auffällig, wie häufig das denen gelingt. So, die Attacke macht ordentlich Schaden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich mich selbst anzünde, wenn ich das da in der Nähe von dieser Kiste mache. Deshalb, äh, werde ich jetzt sowieso erstmal hier das Ding nehmen. Runterschmeißen. Dann ist dieses Schutzschild deaktiviert. So. Und jetzt machen wir nochmal hier unseren Klassiker-Angriff. Oh, das war ein Crit. Geilomat. Äh, wie viel Leben hat das Ding denn noch? 48. Kriege ich das irgendwie gebacken, das jetzt noch rauszunehmen? Ne, ne? In der Runde nicht. Wenn Rabbit Peach nicht weggeflogen wäre, wäre ich einfach mit Cranky hochgejumpt und dann wäre es das gewesen. Aber... Sie ist weggeflogen, leider. Ja, mit ihr kann ich nicht viel machen jetzt. Sie ist eigentlich raus. Oh, warte, Cranky kommt ja trotzdem irgendwie ran. Ja, mit dem Fassangriff müsste es doch... Ne, doch nicht. Mit dem Fassangriff passt es nicht. Äh, ich werde aber erstmal hier den Gegner einschläfern. Dass wir die Mission schaffen, ist klar. Aber ich will halt... ... auch eine gute Wertung haben. Ja, ich muss hier stehen bleiben. Ja, es reicht aber nicht. Oder kann Donkey... Ne, kann er nicht. Mit dem haben wir auch schon angegriffen. Ah, so bitter, oder? 16 Leben. Was den Scheiß. Wie ich es drehe und wende, mit Rebel Peach kann ich nichts mehr machen. Und ich will auch ungern mit ihr da runter gehen. Ich bleib hier oben. Und mach nichts. Ekelhaft. Welche Runde ist das jetzt? Die neunte, oder? Ne, das ist schon... Schon ein bisschen näher. Seit der Kampf losging. Aber es sind auch sehr umfangreiche Battles, wenn man das jetzt mal mit dem Hauptstory-Modus vergleicht. Ne, das ist schon was anderes. Vielleicht habe ich mich einen Ticken zu sehr auf die normalen Gegner konzentriert. Das könnte sein. Aber bevor jetzt rumgejammert wird, warten wir mal ab. Vielleicht passt es ja dennoch. Der Boomerang gibt dem ganzen Scheiß in den Gezint. Alle radioaktiven Bananenfelder sind zerstört. Und wir brauchten... Hört sich schon mal gut an. Sieben Runden. Acht wären noch okay gewesen. Alles klar. Also immer noch schön im Rahmen. Alles gut. Intensives Battle. Ja, und das ist eben das Schöne, weil so ziemlich jeder Kampf bietet was Neues. Das hatte man so im Abenteuermodus jetzt auch nicht. Das bei jedem quasi Kapitel immer was komplett Neues mit eingebunden wurde. Das feiere ich. So, warum sind hier zwei Kisten? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ach so. Jetzt glaube ich verstehe ich es bisschen besser. Ich bin da zu dumm für das Rätsel. Ne ernsthaft, wie geht denn das? Äh. Ach so. Ah, ja klar. War alles richtig eigentlich. War schon. So. Und die Lagunenpromenadenmusik haben wir auch noch hier in der Schatztruhe gefunden und damit freigeschaltet fürs Museum. Geil! Ah, ist die Welt schön, oder? Und ein Puzzletall liegt da rum. Das erste. Direkt geschenkt. Ja, ich weiß gar nicht, ob die versteckt sind. Als ich die Demo damals gespielt habe, habe ich nämlich auch nur eins empfunden. Was macht der da? Oh man, bis zu seinem großen Kampf hat er noch einen weiten Weg vor sich. Er könnte echt noch ein paar Trainingseinheiten gebrauchen. Ja, kann ich nur zustimmen. Oh, schön! Und hier geht es auch schon weiter. Erreiche das Gebiet! Auch diese Level sind wieder dabei. Und was passiert da eigentlich gerade? Werden wir von Vogelscheiße getroffen, oder? Was ist los? Oh, oh. Wir sind offensichtlich mitten in den Bombenangriff eines Schwarms Honiganzeiger geraten. Honiganzeiger? Was ist das für ein Name? Seht ihr den Unterschlupf? Wenn wir ihn erreichen, sind wir vor ihren klebrig süßen Salven sicher. Verteilen wir uns, damit wir nicht als verkleisterter Honigheldenplumpen enden. Und haltet euch gegenseitig Honig frei. Hä? Ich kann mich jetzt irgendwie auch gar nicht an dieses Kapitel erinnern. Hab ich das überhaupt gespielt? Bin mir gerade echt nicht sicher. Äh, wie auch immer. Also, wir müssen ja nur mit einem Char das Ziel erreichen, oder? Oder mit allen? Bereiche das Gebiet? Ne, ich glaube, das war ja so, dass man das immer nur mit einem erreichen musste. Heißt, wir werden es mit Donkey Kong machen, weil der kann hier ja jumpen, wie er fröhlich ist. Ähm. Ich gucke vorher noch in die Kampfzentrale rein. Weil es sich durchaus lohnen könnte, äh, Bewegungsfreiheit mal zu erweitern. Am besten mit allen. Und dann... Go!